Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft Cataclysm Ja, ich sag's extra so Es ist jetzt lange her Und es tut mir auch furchtbar leid Aber ich hab auch nicht immer Lust zu leveln Ja, ich werd jetzt ein bisschen aufnehmen Oder sag ich eigentlich immer Und ich versuche morgen aufzunehmen Ich versuch's Und dann werden wir ja sehen Ja, und jetzt Ohne groß rumzublödeln Wird losgelegt Quaritharzt und das brennende Herz Wo krieg ich denn Quaritharzt her? Wo krieg ich das denn her? Hast du das? Ja Er hat das Und ich nehm Fenstermodus auf Was passt eigentlich? Ich hoffe, man merkt das nicht Ja, komm Boah, mach ich viel Schaden, ey Boah, ich muss den Turm bei mir mal leiser machen So Ja, wundert euch nicht, wenn ich mich müde anhören Ja, es ist auch so Bisschen Nicht Und Ja Goldminus Feiertotem Also, ne, brauch ich nicht Äh Die Viecher machen eigentlich nicht viel, ne? Stirb Oh so endlich habe ich die kacke war das hat auch eine drop rate von 0,1% und ich habe die musik mal lauter gemacht ich habe gerade die andere aufnahme geguckt und jetzt sollte das eigentlich auch passen so was wir jetzt machen das brennende herz und jetzt ist einfach nur so machen blutfahrt lauerteich ist das hier auch so heilige ein bisschen lebende ja fangen wir halt mal so an und so was ist das denn jetzt mir doch egal ich bleib da drin stehen ich bums dich weg ja dein vertrag ist jetzt so oder so beendet du bist eh tot okay da geben wir mal ab denn ich stelle dich nicht aus ist ja direkt da hat er hallo hallo etwas behandelt flint erzmantel mit der exklusiven verbundenmasse hier und jetzt höchst nicht er stirbt ist ja so an sich ganz schön netten was wäre denn besser ach ich nehme das so dann geh mal los komm her sieht auch lustig aus wenn ein vogel am boden läuft jetzt komm und laber nicht du blöder gerkommen mandet da da dort 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 da dort dort Patient recognize hier der vogel hat hier ist es maria brauche ich nicht okay was wird der moment ich muss jetzt erst gucken und jetzt muss ich erst da auch gucken ja okay wo gehen wir jetzt zuerst hin da oder da lasst euch überraschen ja wer hat richtig geraten genau wir fliegen zuerst auf das kanonenboot wichtig auf dem kanonenboot ich musste auch grad wieder nachlesen so wo ist jetzt die alte wissen hier aus oh mein gott sie sind hier passiert das gefällt mir gar nicht sie werden belagert er sagt immer noch nicht wo die sind weg nervt die menschheit nicht so ist die jetzt irgendwas mag mein pc hat mich ja ich nehme wieder auf dem pc auf mich auf die externe festwarte tendiert mein bruder ja jetzt hat er sich wieder wo ist denn die olle da oben ja sagt das doch gleich einer ich wurde zum fliegen geboren ja dann spring mal runter wenn du fliegen kannst benutzt das geistertot ja schön für dich ich wurde zum fliegen geboren okay das ist kein thema können wir machen da der lebt ja noch ja ja dass der eine whisky flasche will war mir irgendwie klar okay dann gehen wir erst mal da hin und benutzen das geistertotten ein gültiges ziel äh schön den will ich nicht ich will den hä du anus ich hab dir gar nichts getan alter das geht ja gar nicht gerade oh es leckt schon wieder holen wir erst mal das seil ach die whisky flasche knows die greift mich jetzt nicht an gut äh die whisky flasche wo waren die noch mal aber die war irgendwo doof versteckt muss ich gleich gucken er gibt mir infos oh das ist natürlich böse wenn sie die vorräte vergiften naja sagst du auch noch was ja dann sag halt nix du arsch sag dir auch noch was okay ähm flieg no hoho schade ich dachte es klappt den kampf verspare ich euch jetzt mal so okay komm jetzt gehen wir noch zu dem so jetzt gucke ich mal eben wie lange ich aufgenommen habe moment knapp neun minuten das passt noch und jetzt da er weist jetzt sind ich aufnehme direkt so was aber ich muss mich ehren von daher passt das ähm würde ich sagen gehe ich jetzt noch schnell runter in die kajüte oder ne wieso in die whisky flasche wo könnte es wenn ich eine flasche whisky wäre wo würde ich denn rumliegen liegen hm vielleicht da oben ne da auch nicht hä oh die wird jetzt nicht unten sein oder doch ich glaub schon ach ich hab's gesehen da ist sie nicht böse versteckt wie ah sieh so was hat der denn hm ne oh der sieht schick aus den nehm ich seid vorsichtig zaubern wir den hier kriegen noch mehr scheiße und dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge wieder ich mache jetzt mal schnitt auch hier ausloggen gut ist weiß ich nicht ich glaube ich dann doch lieber in der luft aus kann mir sicher nichts passieren das sieht aber auch sexy aus aber da kommen wir auch noch hin ja ich würde sagen in der nächsten folge machen wir das schiff fertig ich weiß nicht ob da was wir sehen wenn ich darauf auslöpfen nicht dass ich runterfall oder so aber egal bis zum nächsten mal ciao